Ah, hier ist der Hinterholz hinter euch Oh mein Gott, mit der Armbrust einfach drauf Philipp Akata wieder hat das auch Oh mein Gott Diese WTF Ent Junge auf 300 Meter oder so weiter Ok Leute, wir gehen Tadi Tadis Mutter, Digga Ja egal Egal Digga, Tadis Mutter, Leute Ich will den TryHard riechen Problem ist Du hekelhaft Ich hab grad eben meine Ferie geputzt Oh mein Gott Er sagt, wir können alles riechen Wir können alles riechen, Digga Richtig Siffy Con Ich bin Tankstelle Oh, du Siffiger Biffiger Golder Ska Ich hab gestern in einer Runde viermalen Ska gefossen Ich weiß, Digga Ich verfolge deine Tweets aktiv Gerade mit Manuel hab ich irgendwie so Acht Tränke oder so große Einfach nebeneinander Wie soll ich die alle carry'n, Alter? Aber hier ist gar kein anderes Team Ich hab nen richtig fetten Pickel an meiner Wange, Digga Ich hab zwei Pambi, Digga Ich mach jetzt Wollen wir gleich eine Locker, Digga Ey, soll ich den ganz großen Trank schicken? Warte, chill Vielleicht gibt's noch kleine Tür noch Also den 200% Trank hab ich Trink den nicht, Digga, what the fuck Ich hab erstmal Minis gefunden, Digga, für uns Also, naja, gut, zwei für mich Ja, den anderen kannst du mir geben, Digga Ja, schlag mich doch gleich Ne Ey, Digga, wir fitnessen mal Doflamingo eigentlich Guck mal, wie findet ihr den? Geil, Digga, will die mal nen Schlöffi haben? Ja, ich verschenke Tor, 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 warte, Tor Jawoll, Deutschland, Almania, uh Ey, das war Snobby schnell rushen Da sind Lockerleute, Digga Der Zug ist ja direkt rübergefahren Okay, Digga, aber der Zug ist auch schon abgefahren Mhm, dann saust du mir immer Ich sag Simon, dann kommen die Trends, Digga Gute Besserung, mein Besser Danke, danke, ja Komm, los, Snobby, Moby, Alter 3, 2, 1, die wilden Kerle Moin Moin, ich grüße euch Is die Scar-Kiste da? Die Scar-Kiste, Leute Ey, ich weiß noch, wo ich gestern die goldene Scar gefunden hab Malik AkataTV Ja Der da hinten in diesem Pisturm, Digga AkataOP, Digga AkataOPTV, YouTube, Digga Wuhuu, AkataPlace Ey, hier war jemand hier, oder? Ne Nein, nein, ey, ey Auf 100 Euro Basis da oben ist ein Scar, Digga Wenn nicht, dann könnt ihr mir ein Bein abschlagen oder zwei Ich sag euch, ich komm hier nicht hoch, Digga Ich sag euch, hier ist ein Scar Jawoll, hier ist gar nicht Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Gibt's eigentlich ein Land, das noch so krasse Sprechhörter hat wie Deutschland? Das weiß man halt nicht, ne? Weiß man nicht Eigentlich schon, so Deutschland ist halt das krasseste Land Naja, ne? Darüber lässt sich doppelt und dreifach streiten Mal kurz ruhig Hier sind Lockerleute, Digga Der Zug ist auch drüber gedingst Ey, Petrit, Petrit, hier ist was Hier, Petrit, hier ist was Hier, Petrit, hier ist was Was? Hä? Jungen, ne? Fuckst du mich, ja? Ey, ne, da hinten war noch niemand, Digga Obwohl, hier sind, ne, hier sind keine Türen auf Hä? Niemand Warum? Landet doch hier Hä? Wir kennen nochmal Minis Ja, ja, ich hab neun Schuhe Ja, aber in letzter Zeit, ne? Gibt's ja auch wirklich wie Sand am Meer, das sag ich euch Man, keine Gegner, Digga, ist ja echt Es lebt noch 40 Man hat doch so die Armbrust, ne? Wollen sie die haben? Es lebt noch 40 Stück, also 10 pro Typ, Digga Ja, aber dafür müsstest du mir dann auch mal ein bisschen Snipermonie geben Ja, okay Das ist ein fairer Deal Ich hab noch ein Bier, Digga Laut gebaut, okay, aber ist alt So, hier Naja, du bist jetzt auch nicht mehr der jüngste, sondern so, ne? Er, er hat Drop verwandt Ich hab keine Snipermonie, jetzt kommt das Greasy Guck mal, du kleiner Ey, Junge, das sind die Ausländer-Tactics Drop, weil ich geb den Snipermonie, er nimmt schnell und läuft Okay, ey, lass mal ein paar Kills holen, Digga, wir wollen ja auch ein bisschen noch spannend halten, ne? Das ist ein Bogi, ich dachte immer, hey, was ist das für ein Schuss, den man nicht hört? Ja, man ist so overpowered, ich hab damit heute einen Kill gemacht, Digga Auf entspannend Der grad muss ja richtig overpowered sein, weil man mit der Armbrüche jemanden killt Macht das Viech haben, oder was? Geht, aber, die ist leid Ey, seid ruhig Hier ist locker jemand Er redet, er sagt, wir sollen ruhig sein Get, schluck, get, schluck, get, schluck, get, schluck, get 5, 4 Ach, scheiße, die Killtops kommt Da hinten 150, ist ja einer Ist einer? Mhm, bei diesem Turm da Okay Also, auf der Rant kann man mit Armbrüche keinen killen, hab ich grad gettried Der Bullet Drop ist einfach zu krank Also, kann man schon, aber Naja, okay, NO ist einer gerannt Hinterm, äh, Wachtturm Ich, 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 Party ab Da ist ein ganzes Team Tschüss, da ist Krieg Digga, Irak Digga, was geht da ab, Digga, sind wir hier ins YouTube, oder was? Aber man, rechts ist auch einer, ne? Der eine hat den Hut Der Hinterrad kein Schild Der Hinterrad kein Schild Hab ihn, Digga Der hat den Ball für uns Rechts ist auch, welcher Hab den rechten Jetzt sind wir gestreckt Jawohl, der andere auch Uff Digga, ich hab keine Muni mehr für meine Armbrust, äh, für meine Minigun Fuck Aber bin gut an der Zone Der hat einen Dicken Hit bekommen Scheiße Fuck Hab ihn down Ja, okay Könnt ihr mich wiederbeleben? Komm rein in die Zone Ja, ja, ich mach Kann mir jemand eine Mauer bauen, oder so? Ey, links ist, äh, rechts ist auch noch einer, ne? Liebt da noch einer? Ja, ja Ne, den hab ich getötet Ne, ich hab auch niemanden gefehlt Ich dropp den Medikit, Bruder Ne, ne, ich hab, äh, den Saufgruck Okay Hier ist auch ne Blau M4 Hier ist auch ne Medikit Passt auf Jawohl, ich hab noch nen Kill gemacht Auf einmal einfach so Aus'm Handgelenk Hier ist Raketenwerfer, hier ist Raketenwerfer Kann ich den nehmen, oder? Ne, 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 ne Ich renne aber einmal durch die Muni, Digga Ey, hat jemand noch Miniga Muni, Digga? Ich hab damit irgendwie drei Kills per Brust Nein, hab ich nicht Kittenwerfer, oder soll ich, ähm, Granatenwerfer nehmen? Danke, Bruder, ich kann jetzt richtig spell Ja, ich kann auch eins nehmen Oh, Raketenwerfer ist zu wichtig, äh, late game, Digga Ich glaub gar nicht Ich hab nur einen Raketenschluss gegeben, Alter Ey, ich hab aber nicht hier, warte, glaub ich Ja, ich hab elf Bruder, ich hab elf Bruder, komm mal her Heiter Heiter Heiter, Ackermann, komm mal her Drop Hier sind noch mal, ey, Patrick Schakiri Äh, heiter Los, hat die Augen auf, Gegner Ja, da war meine Augen brennen, Bruder Mal Eisablinig Viel zu wenig Materialien, Alter Mal Eisablinig, Digga Masse will das moin Kedos Könnte echt die Fabrik werden Auch, irgendwie wurde geschossen Ich hab einen Schuss gehört Auf Biggi Ich hab irgendwie Angst, wenn ich dieses Geräusch Ja, ja, ganz oben, bei 68 auf dem Berg Ganz genau gegenüber von uns Die Base meinst du? Hey Leute, da ist es zu weit weg Das bringt nichts Wie verschwenden Das ist echt Mach nichts, mach nichts Direkt Loot Drop Kattl, komm mal hier Direkt hier Ja, ey, Loot Drop Ey Leute, kommt mal her Direkt bei uns Das ist zu weit weg, Junge Bei denen ist auch Lootie Bei denen ist Lootie, bei uns ist Lootie Ja Ist das überhaupt möglich Mit der Armbrust auf der Range zu treffen Weiß nicht, aber ihr habt auf jeden Fall Äh, fast Also ihr habt dich fast getroffen, Digga Guck, guck, guck Das kommt schon an, Digga Oh mein Gott Oh mein Gott, was? 300 Meter Minja, Digga Hä? 285 Meter, Digga Bruder Ninja, Digga Was geht ab? Darf ich mit ihm auch spielen? Digga Ey Und dann 75 Wie du Summer, Digga Ey Malik, Digga Die sind voll die Krachis Ey, die rennen Die rennen Schieß sie ab, schieß sie ab Schieß sie ab Lass sie, lass sie Die sind da hinten, Digga Oha Hä? Hast du getroffen? Nein, Digga Das war richtig, er ist grad gesprungen Naja Der Armbrust ist echt schwieriger Ich hoffe, der Snapper ist auf der Range einfacher Oh Und du, ich hab eine Und du, ich hab schon eine Petra's sind immer noch oben auf dem Berg Nimm die Minigran Warte, ich trink das hier kurz Oh mein Gott Hast du getroffen? Petra, hast du das gesehen? Hast du getroffen? Digga, die spiele eigene Spielgrad Oh, null Munition, ey Petra, komm, wir gehen auch runter Ey, ich glaube, 140 jemand, Digga Ey, die war einfach, ey, Mann Wir müssen uns bewegen, die Die Ich hab einen Oh mein Gott, mit der Armbrust Einfach im Lauf Ich hab einen Arsch gerettet Ja, ich weiß nicht, wie man droppt Warten wir das kurz Ich geb dir gleich Petra, komm mal zu mir Ja, 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 ja Mali, was macht ihr da? Alter Was macht ihr da? Wir haben den Lootrop geholt Oh mein Gott Nein, Digga Was passiert? Hä? Ähm, die war die Bärsspitze Hat er eine Armbrust? Nein Wo, 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 sag mal ruhig, komm dir nach, sag mal ruhig Ich hab eine Armbrust Ah, da hinten ein Lootrop, Petra, sollen wir den Auge behalten? 120 Ey, ich hab die Hälfte dann gesagt, Malik, Malik Sollen wir doch unter den Lootrop gehen? Nein, 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 nein Der 120 ist ein Gegner Wer schieß, Digga Es war egal, Digga Mach mal rechts in Mauer, mach mal rechts in Mauer Mach mal rechts in Mauer Der rennt, der rennt rechts rum Hab ich einmal getrunken, zweimal? Er hat locker die Hälfte seines Tranks weg, Digga Hä? Hä, Manuel? Du bist der neue Sniper im Team Hä, Manuel, Digga, hackst du, oder was? Halt denn noch einen? Hä? Oh mein Gott Hä? Hä? Ey, laber doch gerade keine Scheiße, Digga Das ist doch blöw Digga, Manuel, Digga Oh mein Gott, Digga Ich baue dich zu, Akata Bitte? AkataTV Wir sind viel zu offen, Alter Oh nein, Digga Ich hab gesagt, lass bauen, Digga Digga Digga, warte Philipp Akata wieder, passt auf Von wo, Digga? Ich glaub von NW Oh mein Gott Oh mein Gott Diese WTF Elfa gefinished Jogi, auf 300 Meter oder so, Alter Ey, hinter uns? Hinter uns? Nein, nicht hinter uns, oder? Ne, von weiter unten Siehst du direkt hier an der Ecke glaub ich das Haus Ja, ja Ah ne, ich hab ihn gesehen Ah ne, ich hab ihn gesehen Da, da am Berg Am Berg Wo, kann mir jemand richtig sagen? 150 Oh mein Gott, das war so Klaus mit meiner Armbrust Oh mein Gott, wir haben beide so richtig knapp verfehlt einfach Er will pieken? Ne, der läuft woanders lang Ich hab schon Er will Position ändern Er baut da Er baut hoch Ich seh halt einfach niemanden Ich seh halt einfach niemanden Ich auch nicht, Digga Wir sind voll dumm Wir müssen ein bisschen eigentlich mehr Oh Leute Einen ist gestorben? Nur zwei Gegner Ne, ein Gegner nur Was? Ich hol die mit der Armbrust Ich hol die mit der Armbrust Naja Und baut einfach einen Notfall Ich hab kaum Materialien, Digga Von wo, Digga? Die Zone ist so groß noch irgendwie Das ist der hinter dem Hügel Der letzte Schwarzer Ritter Egal Oh Digga, Battle Pass oder was? Warte mal, ich mach nichts ohne RPG Ich werd nur mit Armbrust Er hat Geld, Digga Pass auf Über die Straße gelaufen Wo ich bin, komm mal mit Er ist so 200 so 100% Er ist hier Ihr müsst hier aufpassen Ja nicht, dass uns alle holen Ich steck mich irgendwo Bei mir ist er Er ist hier Jawoll Nein Ich wollte mit Armbrust holen Easy Digga Erste Runde Dreck rausgeholt Digga Oh mein Gott Digga Boots Boots Shakiri Das ist eine geile Runde Das ist eine geile Runde Patrick gewinnt Eine Runde mit dem Junge Ey Junge Digga Es ist eine geile Halt Dreck 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 Vielen Dank.